Musik Deinen Willen testen Haben wir heute einen Gewinner? Siehst du die Ziele? Schieß auf die Ziele! Und gib gut Acht, dass du dabei am Leben bleibst! Klingt dir das etwa zu einfach? Dann zeig mir, was du drauf hast! Du musst nichts weiter tun, als mit deiner Waffe hierher zu zielen auf dieses Schild! Und den Abzug drücken! Erstmal ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, zu Rush of Blood! Herzlich Willkommen zum ersten Gameplay, zum ersten Let's Play bei Trend 17 TV! Schön, dass ihr eingeschaltet habt! Und ciao, Bello! Until Dawn, Rush of Blood! Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich hoffe, ihr freut euch auch, dass ihr zuschauen dürft! Ja, ich habe das Headset jetzt so eingestellt, dass ich das Mikro benutze hier vom Headset! Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob das so okay ist vom Sound her! Denn ich haue hier dauernd gegen mein externes Mikro mit dem Ding und das ist irgendwie ein bisschen nervig! Und da hier ja ein Headset integriert ist, können wir das ja nutzen erstmal! Aber jetzt geht es erstmal los hier! Viel Spaß dabei! Und ich sehe dich dann wieder ganz am Ende! Los geht's! Zur Uhr! Ah, so muss ich nachladen, okay! So, und noch! Ah, das funktioniert ganz gut bisher! Nachladen, ach so, ich kann oben auch drauf drücken, nachladen, alles klar! Ist, glaube ich, einfacher, brauche ich nicht schütteln! Okay! Noch was, was ich abschießen soll? Ne! Ach, da fehlt noch einer! Moment so! So, alles klar, jetzt haben wir es noch mal! Ja, ich spiele hier mit den Move-Controllern, das klappt wunderbar! Ich habe den Raum jetzt ein bisschen abgedunkelt hier! Und dann läuft das auch noch ein bisschen besser, habe das Headset nochmal kalibriert! So, jetzt bewegen sich die Dinger auch noch hier! So, Hammer! Die eine haben wir nicht mehr mitgekriegt, auch nicht so schlimm! Das ist gut, dass du auch nicht glaubst! Ich glaube, ich schüttel die lieber! Okay! Boah, das ist aber gar nicht so viel zum Abknallen hier! Ah! Ach, mein Gott! Man fühlt sich richtig relaxed, schön in der Geisterbahn hier! Früher kamen Leute von weit und weit zu unserer weltberühmten Freak-Show! Ja! Hast du mal von einem Kerl gehört, der auf einem Karussell feststeckte und nicht mehr runter konnte? Nicht mal mit dem Schmierfett von den Pferden! Ha, 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 ha! Haha, die haben wir auch noch mitgenommen! Wow! Noch zwei mitgenommen! Sauber! Fantastische Leistung! Mach einfach so weiter! Ja, danke dir! Danke dir! Ja, zu tun hat man hier wirklich genug! So, yes! Mal sehen, dass wir hier heilendurch kommen! Ups! Schicke Pistolen hier! Ai, 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 ai! Und es geht bergauf! Hallo! Der hat auch eine rauchige Stimme, der Typ! Ganz man selbst, oder? Hahaha! Wow! Das habe ich doch gar nicht gesehen, das schöne große Riesenrad da! Sehr schön! Schön, dich gekannt zu haben! Ciao Bello! Wow! Was für eine gute Idee! Ach, da kann man nichts abschießen, ok Oh, gerade mal ebenso, krass, oh ja, eine andere Pistole, jawohl, die ist nämlich nicht so schön, jawohl, jetzt geht das jetzt zur Sache Ich glaube, wir sind irgendwie falsch, wir müssen auch sehen, die wir hier irgendwie fallen, die von Geister zurück Krass, wow Oh, krass Oh, haben wir erschrocken Wow Da geht's auch weiter, ok Na komm her, den letzten auch noch, jawohl Die Masten nehmen wir auch noch mit Ah, so langsam kriegen wir das drauf hier Boah, krass Wow Wham, was ist mit der denn los, ne Krass Ich bin schon wieder kurz vorm Aufpassen jetzt Aufpasse Weiter geht's Weiter geht's Kommt die Ente nehmen wir auch noch mit Halloween Oh, krass Ich hatte eben echt das Gefühl, der fasst mich an hier Oh, krass, krass, krass Der steht doch nicht nochmal auf So, jetzt, mein Lieber Muss hier überall sein Zack Die Halloween-Kurbel ist abgeschossen hier Wow Zack Läuft bei uns hier Ja, das passt doch mal zum Halloween Oh, jetzt gibt's ein kleines Filmchen Ah, können wir uns ein bisschen zurücklehnen Oh Da war nichts mit Ausruhen Die nehmen wir auch noch mit Nicht, dass der nochmal wieder aufsteht Wow Richtig cool das Spiel Kann ich nur jemandem ans Herz legen Also wenn ihr euch VR Leistet Dann kommt auch das Spiel Das ist richtig gut Und jetzt ist er auf einmal weg Jetzt ist er da So schnell kann ich ja gar nicht nachladen Oh, den Schädel weggeblasen hier Schönen Headshot Okay Soweit alles bereinigt hier Boah Wow Ah, jetzt hätte ich die Weiche stellen können Glaub ich Aber wir fahren mal hier lang Ja, bis jetzt sieht das doch gut aus Wir haben noch überlebt bisher Och, ist das genial Ich liebe Geisterbahnfahren Eine Leidenschaft Eine alte Leidenschaft von mir Muss ich ganz ehrlich zugeben Geisterbahn ist Kult Oh, hier ist Gasattacke Ist noch Blut an der Wand Wow, wow, wow Oh, shit, 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 shit Das sieht nicht gut aus Es wird dunkel Oh, oh Ich könnte mir vor Oh, krass, 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 krass Ja, da ist nicht Zurücklegen hier So, meine Lieben Das war schon unsere erste Runde hier in der Geisterbahn Ich bedanke mich für euer freundliches Zuschauen Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Gameplay wieder Und wenn euch das Ganze gefallen hat Dann lasst doch bitte unbedingt ein Like da Oder ein Kommentar Würde mich auch sehr freuen Ja, bis zum nächsten spannenden Gameplay Euer Jwensex sagt tschau Bleibt gesund Haut rein Tschüss Aus Bis zum nächsten Mal favorable Untertitelung des ZDF, 2020